Strömendes Wasser kennt keinen Stillstand. Alles ist im Fluss. Tiere und Pflanzen haben sich der ständigen Bewegung des Wassers angepasst. Selbst ein Flussbett ist immer in dynamischer Veränderung. Hochwasser ist für die Flussnatur keine Katastrophe, sondern der Startschuss für einen Neubeginn. Die natürliche Dynamik von lebendigen Flüssen hat der Mensch schon früh verdrängt. Aus krumm, mach gerade, war lange Zeit die planerische Vorgabe. Alles im Fluss informiert über die Folgen des Gewässerausbaus und was dies für die Wasserwelt bedeutet. Alles im Fluss thematisiert die Vorteile und die Faszination einer intakten Flussnatur und stellt wegweisende Renaturierungsprojekte entlang der oberen Lippe vor. Alles im Fluss begleitet die Planer bei der Vorbereitung neuer Vorhaben und zeigt Porträts typischer Arten, die an Fließgewässern leben. Und nicht zuletzt, was der Mensch von der Renaturierung der Lippe eigentlich hat. Und nicht zuletzt, was der Mensch von der Ritten in vollständigen Fluss ist. Hier TIME ALS WELBIN Also esruti und dasselbe. Wie wenn wir das ganze Metallurgie hören, wenn wir es das ganze Löse über die reinigen. WELBIC BASZ Untertitelung des ZDF, 2020